Twitter Terror von Tony Khan. Jetzt kommt aus den eigenen Reihen Kritik. Wie wirkt sich das Verhalten auf AEWs öffentliche Wahrnehmung aus? Außerdem neuer GM für SmackDown über das WWE-Debüt von Nick Aldis und seine zukünftige Rolle. Das und mehr jetzt bei Hauptkampf. Eine emotionale Wrestling-Woche liegt hinter uns und ja, ich weiß, dass ich heute scheiße klinge, aber da müssen wir jetzt alle zusammen durch. Ich habe die Stimme für diese eine Stunde, die es wird in etwa. Ich habe sie geölt und ich werde mein Bestes geben, um euch durchzubringen durch diese Ausgabe von Hauptkampf, eurem Wrestling-Talk vom Spotfight Wrestling-Podcast. Ich bin Tobi, auch wenn man es nicht hört, aber doch, es ist der Tobi nur mit angeschlagener Stimme und freue mich, dass ihr mit am Start seid. Ihr habt fleißig abgestimmt. Tony Khan, AEW, WWE, SmackDown, Nick Aldis, das sind eure Top-Themen. Abgestimmt auf Patreon und YouTube und ich freue mich, darüber zu sprechen mit unserem News-Redakteur von Spotfight, der das Geschehen jede Woche beobachtet, recherchiert und aufbereitet. Ich freue mich auf Jill. Moin! Moin, Tobi. Ich freue mich, mal wieder am Start zu sein. Wieder ein paar Monate vergangen, seitdem wir hier gequatscht haben. Und ja, wenn du mich auch noch viel länger hättest warten lassen, dann hätte ich, glaube ich, mal auf X gegen dich geshootet. Ja, es ist ja eigentlich immer so der Rhythmus, sechs Monate, fünf, sechs Monate. In dem Zeitraum kommen die Leute immer hier wieder rein. Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben das letzte Mal, wenn du dich erinnerst, im Mai gesprochen. Da ging es um Kevin O und so ein Sami Zayn in Saudi-Arabien. Da gab es CM Punk-Updates zu einem möglichen Return. Also ich finde es immer spannend, wenn man mal so sechs Monate zurückguckt, zu schauen, wie es damals lief. Es war eine emotionale, hitzige Zeit. Genauso emotional und hitzig, wie auch diese Woche war. Vor allem das Duell AEW gegen NXT hat die Gemüter ja sowohl bei Fans als auch bei Mitarbeitenden teilweise oder hat die Emotionen nach oben schnellen lassen. Wie blickst du eigentlich auf dieses Duell jetzt zurück? Hat sich da für dich jetzt irgendwas groß verändert in der Wahrnehmung für irgendwen? Hast du dich einfach gefreut, dass beide coole Shows abgeliefert haben? Oder wie schaust du darauf? Ja, also wer mich kennt, der weiß eigentlich, dass ich dann eher so die Art von Fan bin, die sich einfach freut, wenn beide eine gute Show abliefern. Ich habe mir beide Shows angeschaut. Fand beide Shows auch wirklich sehr, sehr grundsolide. Also waren zwei gute Ausgaben. Und naja, wirklich was verändert hat sich jetzt rein auf Basis der Zuschauerzahlen für mich jetzt nicht groß. Also klar, NXT hat einen deutlichen Sieg eingefahren, aber man muss natürlich auch die Umstände berücksichtigen. Und ja, also meine Wahrnehmung von AEW ist dadurch jetzt nicht irgendwie schlechter geworden. Und ich glaube, NXT erlebt gerade eine sehr gute Phase. Trotzdem muss man dieses Rating jetzt auch nicht total überbewerten, weil wir haben ja alle gesehen, wer auch bei der Show aufgetreten ist. Deswegen, ja, ich finde es einfach nice, wenn ja, diese Konkurrenz, dass sie sich gegenseitig antreiben und dann einfach gutes Wrestling produzieren. Sehr grundsolide. Das ist eine spannende Formulierung. Vielleicht ist sie für den einen oder anderen untertrieben. Vielleicht sagt auch jemand, genau so kann man es sagen. Ich fand tatsächlich beide Shows einfach richtig, richtig gut. Also ich würde sagen, das waren die besten Weeklys bei beiden Seiten. Langer Zeit bei NXT wahrscheinlich die beste Weekly aller Zeiten. Haben wir natürlich auch bei uns ausführlich reviewt auf dem Kanal. Ja, und natürlich ein Herzschlag-Finale, was die Quoten anging, die aber auch, wie ich finde, nicht zu überhöhen sind. Am 18. November läuft SmackDown gegen Collision. Glaubst du, da wird es ähnlich hitzig? Glaubst du, da werden wir wieder zwei epische Shows? Undertaker, Cena, was weiß ich, wenn man nicht noch aus der Kiste graben könnte. Glaubst du, das wird wieder so ein hitziges Duell? Nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube, SmackDown ist ja mit Abstand die Show, die die meisten Zuschauer bei WWE reinholt. Auch Fox und Collision ist ja auch nochmal hinter Dynamite in der Regel. Deswegen, ich glaube, da ist dieser Konkurrenzkampf gar nicht wirklich da oder er wird, glaube ich, seitens WWE nicht wirklich wahrgenommen. Also das ist dann einfach die Frage, möchte WWE, AEW nochmal richtig eins reinwürgen und stack die Show extra? Ich denke ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, NXT und Dynamite ist so das, was am ehesten an einen Monday Night War rankommt. Ja, ich habe gerade nochmal geschaut, 17. November ist das. Wir werden es am 18. November natürlich besprechen, aber am 17. November, also an diesem Freitag, läuft SmackDown Head-to-Head gegen Collision. So wie ich das jetzt wahrnehme und da sind wir auch gleich im ersten Block, ich glaube, ein Mensch wird das sehr persönlich nehmen und das ist Tony Khan. Der wird, glaube ich, schon mit Collision versuchen, da richtig Paroli zu bieten. Wenngleich man sagen muss, SmackDown auf Fox über zwei Millionen Zuschauer und selbst eine richtig geile Collision an einem anderen Sendetag wird so nicht viel mehr in der Lage sein, als lass es vielleicht 600.000 oder so sein. Also das ist ein Kampf gegen Windmühlen, wenn man das so möchte. Bin ich trotzdem gespannt, weil ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem in irgendeiner Art und Weise ein Special Treatment für beide Shows gibt, sowohl von WWE als auch von AEW. Vielleicht liege ich falsch, vielleicht nicht, aber das ist auf jeden Fall das nächste Duell. Ja, und da sind wir auch im ersten Block. Tony Khan und sein Verhalten auf Twitter ist tatsächlich euer Top-Thema der Woche und zwar mit himmelweitem Abstand, wenn ich YouTube und Patreon zusammenzähle. Ich weiß gar nicht, wo man da explizit anfangen soll, wenn es darum geht, die Tweets, und ich weigere mich, es Axis zu nennen, zu zitieren. Der hat ja noch, bevor die Shows stattgefunden haben, teilweise gegen Vince McMahon geschossen. Ja, weil ein Fan hat geschrieben, ja, ich werde mir das nicht angucken. Da hat er gesagt, ja, ärgert mich gar nicht, so, dann mach doch, fuck off, so ungefähr. Und dann hat der Fan darauf geantwortet, ja, wenn Vince McMahon das gesagt hätte, würden die ganzen AEW-Fans sagen, was ein doofer Promoter. Und Tony Khan hat darauf geantwortet, ja, dann wäre es wenigstens mal was nicht Strafbares, was er in seinem Leben getan hätte. Das schaukelte sich dann hoch. Nach den, äh, oder noch vor den Shows hat er Triple H und Shawn Michaels als glatzköpfige Arschlöcher betitelt und als die Ratings rauskamen, nochmal nachgelegt erklärt, tja, eine TV-Show mit Undertaker und John Cena, so, couldn't get a million, so ungefähr, unter einer Million, so schlecht waren die noch nie. Und erklärt dann auch, warum er einen persönlichen Hass gegenüber WWE hat, dass er die Taktiken der Liga verabscheut. In einem Tweet vom Freitag heißt es, dieses Wochenende jährt es sich zum ersten Mal, dass die Mayo Clinic meiner Mutter das Leben gerettet hat. Während ihrer Leidenszeit kamen viele AEW-Talente zu mir und behaupteten, dass WWE sie angesprochen habe, um sie dazu zu bringen, ihre Verträge zu brechen und AEW zu verlassen. Ich werde diese Telefonate an ihrer Seite im Krankenhaus nie vergessen. Ab dann wurde es für mich persönlich, so Tony Khan auf Twitter. Und auf der Timeline kann man auch weiter alles nachlesen, wie Jill fiel deine Reaktion aus. Gab es für dich einen Punkt, wo du gesagt hast, ab da ist es gekippt, bis zu dem du es witzig fandest und ab dann gesagt hast, naja, muss nicht sein. Fandest du es vielleicht überhaupt nicht so schlimm? Fandest du es vielleicht auch witzig? Befürwortest du das? Wie ist dein genereller Standpunkt zu der Art und Weise, wie sich Tony Khan im Laufe der Woche auf Twitter gegeben hat? Also befürworten tue ich das absolut nicht. Ich muss sagen, so wirklich verwundert war ich dann gar nicht mal so krass, weil man das bei Khan ja schon seit Monaten beobachten kann, dass er mal gerne hier einen Schuss setzt und mal da einen. Ich glaube, was einfach nur dieses Mal das Ding war, ist, dass er einfach, ja, da war halt einer bis zwei zu viel dabei. Also beim Post der glatzköpfigen Arschlöcher habe ich mir dann schon gedacht, okay, wow, jetzt begibst du dich gerade auf ein Niveau, was dir nicht würdig ist. Also vor allem als Owner der Company, als die führende Kraft musst du einfach nach außen, wenn du auch auf diesem Niveau mitspielen willst, was er ja unbedingt möchte, was man ja immer wieder merkt, dann musst du dich auch dementsprechend verhalten und du musst nach außen ein professionelles Image abgeben und das macht er halt genau nicht mit dieser Art von Tweets. Und ich finde es auch sehr bemerkenswert, wie leicht er sich da triggern lässt. Also es wird irgendwo ein Interview gegeben, wo ja vielleicht ein leichter Shoot Richtung AEW kommt, wo man aber auch diskutieren kann, ist das überhaupt ein Shoot oder ist das vielleicht einfach aktuell Tatsache. Aber er fühlt sich halt dann sehr, sehr angegriffen. Direkt hat man das Gefühl und dann so zu reagieren ist meiner Meinung nach definitiv der falsche Ansatz. Hat irgendwie auch sowas Kindisches, finde ich, bei ihm manchmal. Ja, man kann seine Gründe natürlich auch irgendwo verstehen. Also die Story mit seiner Mutter, ich verstehe, wo er herkommt. Und ich kann seinen Ärger dann auch irgendwo verstehen. Nur ich habe das Gefühl, er steigert sich da extrem rein. Also er bezieht es schon sehr alles auf sich, was passiert in der Welt des Wrestling und meiner Meinung nach auf jeden Fall der falsche Ansatz. Es gibt ja auch Fans, die das, deswegen habe ich auch die Frage gerade so gestellt, es gibt ja Fans, die sich darin auch wiedersehen, die sagen, geil, endlich mal einer, der es sagt so ungefähr, der auch mal kein Blatt vor den Mund nimmt, der auszeilt. Aber ja, das, was bei Tony Kahn halt der Unterschied ist, weil wir müssen uns fragen, okay, macht das nur Tony Kahn? Nein, guckt euch, wenn generell, wenn ihr glaubt, das ist das Schlimmste, was jemals im Wrestling passiert ist, guckt euch alte Tweets von Dana White an, guckt euch an, was die WWF für Vignetten über Ted Turner produziert hat, als der Monday Night War gestartet ist. Das ist alles jetzt, also, wer das überhöhen will, kann das machen, aber das wird dann auch komplett aus der Proportion rausgeblasen. Aber der große Unterschied, jetzt in dem konkreten Beispiel ist halt, bei Tony Kahn passiert es aktiv ungefiltert auf seinem Twitter-Feed, während bei WWE solche Zitate wie Piss & Company oder T-Shirt Company, das wird A, hinter den Kulissen getroffen und dann wird es rausgetragen als, bei WWE heißt es. Du auch als Newsredakteur, du weißt das ja, wenn du die Meldung formulierst. Ganz, ganz oft ist es bei WWE so, bei WWE heißt es, weil du nicht die eine konkrete Person hast, von der dieses Zitat stammt, während bei AEW ganz, ganz oft Tony Kahn erklärt auf Twitter XYZ und das ist ein ganz elementarer Unterschied, der, glaube ich, ein bisschen hilft, das zu verstehen, wenn man es ganz konkret aufdröseln und analysieren möchte. Ja, zwei Fragen, die man sich jetzt in dem Zusammenhang stellen kann. Das eine, was glaubst du, wie werden die das bei WWE gerade aufgreifen? Sagen die, ha, guck mal, wir haben ihn gebrochen und ist in dieser Art und Weise Tony Kahn jetzt an einem Punkt, wo er AEW womöglich im Großen und Ganzen schadet. Also schadet das der Reputation von All Elite Wrestling und glaubst du auch, dass man sich bei WWE darüber freut und genau das provozieren möchte, dass Tony Kahn seine Liga mit diesen ungefilterten Auftritten auf Twitter, so nenne ich sie mal, schadet. Ich kann mir schon vorstellen, dass man das so ein bisschen provozieren wollte. Also ich glaube, die Reaktion auf der WWE-Seite ist ganz klar, ja, wir haben ihn da, wo wir ihn eigentlich haben wollen. Also, weil im Endeffekt, es gab ja jetzt auch keinen notwendigen Grund, eine NXT zu veranstalten mit L.A. Knight, John Cena, Undertaker und so weiter und so fort. Also, hätte man ja nicht machen müssen, rein theoretisch. Deswegen, ich glaube, man belächelt es schon irgendwo so ein bisschen. Und ja, ich finde, irgendwo schadet AEW damit schon, weil, wie ich eben schon gesagt habe, ich glaube, es gibt schon Fans, die, oder AEW-Fans, die sich logischerweise auch mit, ja, dem Boss der Company und der Richtung und dem Verhalten identifizieren möchten. Das ist ja auch ein großes Problem bei WWE. Viele Fans, die die WWE gerne verfolgt haben, haben dann irgendwann gesagt, hör mal, was Vince McMahon da alles gemacht hat, das kann ich für mich moralisch so nicht, kann ich mich nicht mit identifizieren und das möchte ich auch nicht unterstützen. Natürlich, wir sind jetzt, ich will das überhaupt nicht miteinander vergleichen, dass da liegen Welten dazwischen, um Gottes Willen, aber ich glaube trotzdem, dass sowas, ja, nicht unbedingt gut für eine Fanbase sein kann. Und man muss ja auch schauen, du hast jetzt eben gesagt, es gibt Leute, die dann auch sagen, ja, ich finde das gut, endlich mal jemand, der was sagt. Das kommt natürlich voll drauf an, was du sagst. Also, wenn du jetzt vielleicht mal einen Schluss gegen Vince McMahon setzt, ne, kann ich irgendwo nachvollziehen, aber einen Triple H, ein glatzköpfiges Arschloch zu nennen, muss ich dann an der Stelle sagen, warum soll ich diese Aussage unterstützen, weil was hat Triple H gemacht, um halt so genannt zu werden in dem Sinne, ne. Also, ja, ich glaube, im Großen und Ganzen ist das etwas, was er sich gut überlegen sollte und wo man vielleicht auch langsam mal so ein bisschen, ja, sagen sollte, hör mal, vielleicht solltest du das mit den Tweets in Zukunft vermeiden. Jetzt kann man natürlich, und ihr merkt, ich versuche es von vielen Blickwinkeln zu beleuchten, bevor ich euch da nachher noch so ein paar ganz persönliche Takes dazugebe, der Hintergedanke, so heißt es, von Tony Khan soll bewusst gewesen sein, so ein bisschen auch den Twitter-Algorithmus zu triggern, das heißt, bewusst über die Stränge zu schlagen, damit möglichst viele Leute auf sein Profil gehen, damit er in aller Munde ist, um dann genau in diesem Zeitraum Matches für Dynamite anzukündigen, zum Beispiel Jay White gegen Panta und ich sag mal so, ähm, mit seinen Tweets hat er es ja auf jeden Fall schon mal zum Hauptthema bei Hauptkampf geschafft, das ist ja so generell der größte Ritterschlag, den es in der Wrestling-Welt gibt, aber, ja, und man hört ja auch oft, jede Publicity ist erstmal gute Publicity, ob gut oder schlecht, so, und Khan und AEW sind in aller Munde und bei den Online-Fans kann man jetzt ja fragen, ist das nicht vielleicht sogar ein cleverer Plan, haben wir hier vielleicht einfach eine andere Art und Weise des Promotants gesehen, würdest du es unter dem Aspekt als gut verbuchen oder sagst du, nee, das hat oder ist nicht zielführend genug oder das hat für AEW mehr negative als positive Folgen? Ich hab noch gar nicht über diese Perspektive nachgesagt, um ehrlich zu sein, jetzt wo du sagst, ähm, naja, also, wenn es wirklich ein Versuch in diese Richtung war, dann sage ich, okay, ich kann es irgendwo appreciaten, dass er es versucht, nur wenn man dann die Ratings letztendlich sieht, dann scheint es ja offensichtlich nicht so gezündet zu haben, äh, beziehungsweise man muss es vielleicht noch nächste Woche abwarten, aber, ähm, ja, ich glaube, im Großen und Ganzen ist das der falsche Ansatz und was mir tatsächlich auch noch eingefallen ist, ähm, oder was ich mir noch gedacht habe, ist, er diskreditiert sich irgendwo ja auch so ein bisschen selber und er spielt meiner Meinung nach sogar, wenn auch nur ganz leicht, äh, nimmt CM Punk in die Karten, weil wir sehen jetzt, wie Tony Kahn auf Gegenwind reagiert, wie er, ja, wie kindig er sich dann teilweise gibt und, äh, wie sagt, ja, der übertreibt ja total, das war ja alles gar nicht so schlimm, wie es war, ihr seht ja, wie der sich auf Twitter gibt, so, also, er, er schadet sich selber damit eigentlich nur, also, ich frage nicht, was im Endeffekt sein, sein Ziel hinter dem Ganzen ist, wenn es dann wirklich ist, ja, ich will, dass Leute auf mein Profil gehen, dass mehr Leute AEW schauen, okay, äh, interessanter Ansatz, ähm, ob das aber Früchte tragen wird, äh, sei mal dahingestellt. Ja, CM Punk, das war ja der Bericht, soll seinem Umfeld mitgeteilt haben, dass das Verhalten von Kahn der Grund sei, warum er happy ist, nicht mehr dort zu sein, ja, da kann man sich eben fragen, wird da jetzt dreckige Wäsche gewaschen oder unterstellt der Punk dem Kahn vielleicht wirklich unprofessionell zu sein, denn als CM Punk zu AEW kam, ich hab kürzlich nochmal das Debüt bei, bei Rampage gesehen, das ist ja wirklich, also, als würdest du das, ähm, Hochzeitsvideo kurz nach der Scheidung gucken, es ist wirklich ein unfassbarer Schmerz, weil du siehst, Alter, was war denn damals die Wahrnehmung von AEW, wie groß hat das gewirkt und, ja, was ist dann jetzt teilweise der Fall und das soll nicht irgendwie diskreditieren, dass sie kürzlich im Wembley vor 80.000 waren, aber ich finde diesen One-Time-Only-Pay-Per-View kannst du nicht mit dem Tagesgeschäft vergleichen und damals war das Tagesgeschäft heiß bei AEW, das muss man ganz klar sagen und was sich seitdem verändert hat, ja, vielleicht hat CM Punk auch mehr und mehr über die Monate erkannt, okay, äh, was ist das denn eigentlich, der, der Kahn hat ja gar nichts im Griff und der ist ja, der ist überhaupt nicht in der Lage, das alles zu managen und hat Leute an der Hand, mit denen ich nicht kann, äh, und zudem ist CM Punk einfach selber ein sehr schwieriger Charakter, das heißt, wenn du keine Führungsstärke oben, keine Autorität in einer Firma etabliert hast, dann dreht er frei und ich glaube, das haben wir letzten Endes gesehen und Punk wird Kahn die Anschuldigung machen, ähm, Kahn wiederum wird sagen, ja, der Punk hat es uns wirklich nicht leicht gemacht, womit er auch recht hat und so, ja, ist das irgendwie so eine Abwärtsspirale, so ein Teufelskreis, wo beide in meinen Augen einen Anteil dran haben, also ich weigere mich bis heute zu sagen, dass CM Punk der einzige Grund ist, warum das nicht geklappt hat, sondern ich glaube, da spielen einfach andere Faktoren mit rein, ja, und dann muss man sich fragen, okay, wie ist denn dieser Tony Kahn insgesamt als Promoter einzuschätzen, so mit allen Pflichten, die das so mit sich bringt, ähm, er hat ja Stärken, er hat Schwächen, und ich glaube, generell hat sich diese Wahrnehmung über die Jahre verändert, ich würde zum Beispiel sagen, am Anfang, als AEW an den Start ging, ist er wirklich dieses teils kreative Mastermind für viele Fans gewesen, wo man wirklich den Eindruck gewinnen konnte, ey, der hat verstanden, in welche Lücke man reinstoßen muss, um mit AEW erfolgreich zu sein. Heute gibt es nicht wenige Fans, die sagen, Tony Kahn ist ein klasse Matchmaker, wenn es darum geht, geile Matches anzusetzen, aber er ist kein guter Mann, diese ganze Firma zusammenzuhalten. Deswegen die Frage an dich, wie hat sich deine Wahrnehmung von Tony Kahn als Promoter vielleicht auch über die Jahre verändert und was glaubst du, wo, ja, oder wo steht er jetzt gerade in deiner Gesamtwahrnehmung? Also ich glaube, er hatte höchstwahrscheinlich noch nie so wenig Autoritätsausstrahlung wie im Moment. Ich glaube, das ist der Faktor, der sich am meisten verändert hat. Wenn wir uns zurückerinnern, klar, es lief zu Anfangszeiten besser, vor allem im Tagesgeschäft, wie du es gesagt hast, aber man hat auch nie irgendwas gehört von schlechter Stimmung oder von der macht dies, der macht das, der macht was er will. Natürlich viel ist es dann auch mit Punk gekommen, aber ich bin da voll bei dir. Ich sage auch, also CM Punk alleine ist da nicht der Böse so. Da gibt es mehrere, die da mitverantwortlich für waren. Aber eben jetzt auch wieder, wenn es mein Boss wäre und der würde sich dann teilweise auf Twitter so verhalten, ich würde den auch nicht so ganz ernst nehmen in dem Moment. Also ich würde mir auch denken so, ey, da musst du drüber stehen. Du musst für uns vorangehen und äh... Darin knüpfe ich übrigens auch die Berichte an. Also Brian Alvarez berichtete im Wrestling Observer im Laufe der Woche, die überwältigende Mehrheit will, dass Tony Khan sein Handy weglegt und aufhört, Tweets abzusetzen. Und diese Meinung kam aus All-Lead Wrestling's Locker Room. Nicht aus WWE, nicht von Fans, also die auch bestimmt, aber trotzdem ganz explizit mehrere Mitarbeitende, Workerinnen, Worker bei AEW sollen ganz kleiner Meinung gewesen sein. Das hilft keinem weiter. Ist das vielleicht auch das größtmögliche Warnsignal, was man bekommen kann, bevor man als Promoter vielleicht auch Teile des Locker Rooms ganz verliert? Also es ist ja generell gerade so, dass man so den Eindruck gewinnen kann, dass es sich jetzt halt insgesamt wieder so ein bisschen dreht. Die Ersten bei AEW warten vielleicht, bis ihr Vertrag ausläuft, damit sie die Liga verlassen können. Haben das als Sprungbrett nur gesehen. Und ja, die Wahrnehmung von AEW und was AEW ist, sie verändert sich. Und vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun, wie groß ist dieses Warnsignal in deinen Augen, wenn du einen Locker Room hast, der jetzt sich nicht dafür schämt, was du auf Twitter machst, aber der ganz klar der Meinung ist, Bro, leg das Handy weg. Ja, ich glaube, ein viel größeres Warnsignal aus den eigenen dreien kannst du nicht bekommen. Also absolut. Vor allem gibt es ja wohl auch schon, oder mit Punk gab es ja auch schon jemanden, der ihm wirklich im Einzelgespräch die Meinung gegeigt hat und gesagt hat, immer so und so. Das ist auf jeden Fall, da sollten die Alarmglocken auf jeden Fall angehen. Und ich, wie gesagt, um nochmal zurückzukommen auf, wie hat sich die Wahrnehmung von Khan verändert? Ich glaube, am Anfang war es halt einfach so, dass man, oder dass ich wirklich gedacht habe, okay, das ist ein starker Mann, der hat eine Vision, der zieht das komplett durch. Und jetzt in den letzten Monaten und vor allem jetzt auch mit diesen Tweets macht er sich halt eher so ein bisschen so witzig und ich nehme ihn halt, ich denke mir halt so, wie soll der es jetzt so, wie der sich gerade gibt, mit WWE aufnehmen? Also das sind zwei komplett andere Ebenen. Und ich glaube auch, ohne jetzt auszuschweifen, ein CM Punk, ja, könnte sich so viel, wie er sich bei AEW erlaubt hat, bei WWE gar nicht erlauben und das weiß er auch. Also da weiß er von vornherein, das kann ich hier nicht bringen, sonst bin ich weg vom Fenster. Und bei AEW konnte er den Bogen halt so weit ausspannen, wie er will, hatte man das Gefühl, okay, im Endeffekt war es dann doch zu viel. Aber ja, Kahn muss einfach lernen, da professioneller zu werden und ja, sich vielleicht auch mal vielleicht ein bisschen zurückzuziehen, was dieses Äußern in der Öffentlichkeit angeht. Zumindest dieses Eingehen auf Zitate und sogar Tweets von irgendwelchen Fans. Ja, aber wenn ich auf Tony Kahn als Promoter gucke, viele Fans, oder nicht viele Fans, aber es gibt ja durchaus den Fan-Vorwurf, dass er selber nur ein Fan ist, der mit Geld sich eine Liga zusammenbaut. Das ist ein Vorwurf, den ich zum Beispiel vor Jahren noch klarer abgewiesen hätte als jetzt. Ich sage immer noch nicht, dass es zu 100 Prozent stimmt, aber er erweckt leider zunehmend den Eindruck, dass da vielleicht ein bisschen mehr dran sein könnte, als man es vielleicht wahrhaben möchte. Ich denke, Kahn hat dem Wrestling-Business extrem viel gegeben. Das ist Fakt. Der hat das Business wiederbelebt. Der hat WWE angestachelt und gekitzelt und der hat das Business insgesamt besser gemacht. Das ist ein riesiges Achievement und das finde ich, muss man so klar herausstellen. Und der hat in vier Jahren mit AEW eine TV-Marke etabliert, die profitabel ist, die einen neuen lukrativen TV-Deal abschließen wird, die Arbeitsplätze geschaffen hat, die neue Stars auf die Landkarte gebracht hat. Tony Kahn hat eine Alternative etabliert. Tony Kahn ist anders. Er ist als Mensch schon wirklich, muss man sagen, herzlich, sympathisch, authentisch. Dennoch, Tony Kahn neigt, glaube ich, immer mehr dazu, je mehr auch das Stresslevel steigt, wirklich auch zu überdrehen. Und er neigt dann dazu, Grenzen nicht zu sehen, sie nicht wahrzunehmen. Er scheint sich phasenweise, glaube ich, zu übernehmen. Und ich finde, damit grenzt er das Potenzial von AEW ein. Das ist der Hauptpunkt. Den möchte ich rot umkreisen und unterstreichen. Er grenzt damit das Potenzial von AEW ein. Dadurch, dass sich alles bei ihm zusammentut, dadurch, dass bei ihm alles zusammenläuft, er alles managt. Jede Differenz, jeden Streit, jede Show, jedes Segment, jeden Vertrag. Alles. Dadurch, dass Veteranen zwar gut behandelt werden, Backstage, aber kein nachdrückliches Mitspracherecht haben, um die Liga mitzudenken, mitzulenken. Dadurch, dass einzig Kahn am Steuer sitzt, steigt in meinen Augen ganz klar das Risiko für einen Tunnelblick, der, und ich sag's nochmal, das Potenzial von AEW eingrenzt. Und der Blick fürs große Ganze ist dann das, was verloren geht. Und einfach auch die schiere Überarbeitung. Der Mann hat in der Regel 90 Stunden, Wochen. Minimum. Der hat öfters in Interviews gesagt, ja, es kommt auch mal vor, dass ich einfach ein paar Tage nicht schlafe. Wo ich mir denke, okay, krass. Und dann versuchst du, all das unter einen Hut zu kriegen. Es ist ja gar nicht möglich in diesem Zustand, in dem man dann vielleicht teilweise sein muss. Und ich finde, diese Kritik, die muss erlaubt sein. Und die muss man äußern dürfen. Und ich glaube, Tony Kahn ist, also eigentlich würde ich ihn als reflektiert einschätzen. Und wenn er das ist und wenn unsere Wahrnehmung da nicht komplett falsch ist, müsste er allein für sich und für seine mentale Gesundheit, weil das, was du auf Twitter gesehen hast, das war zwischendurch ein mentaler Breakdown. Und das ist einfach, das wirft kein gutes Licht auf die Company, egal ob er es gut meint. Es wirft einfach kein gutes Licht auf die Company. Und genau, was du gesagt hast, trifft zu für den Beobachter von außen. Stellt das nur noch deutlicher klar, was für eine gigantische Lücke zwischen WWE und AEW klafft. Und natürlich gibt es jetzt die Fans, die sagen, ja, aber die sollen ja gar nicht dasselbe sein. Und die sollen noch gar nichts miteinander zu tun haben. Ja, das ist wahrscheinlich gerade die objektiv richtige Beobachtung. Aber Tony Kahn legt es ja darauf an. Tony Kahn, Tony Kahn will den Vergleich. Tony Kahn legt es bewusst darauf an, mit WWE verglichen zu werden. Er möchte eine Stadionshow mit über 80.000, um den Paid Attendance-Rekord aufzustellen. Er möchte in dieser ganz großen Liga mitspielen. Wenn Tony Kahn gar nicht sagen würde, dass WWE ihm wichtig wäre, wenn er einfach nur sagen würde, WWE, für mich abschauen, will ich überhaupt nichts mit zu tun haben, will ich nie dahin, wo die sind, juckt mich alles nicht, wäre das nochmal ein anderes Thema. Aber er möchte auf dieses Niveau des Erfolgs. Und das ist aber auf diese Art und Weise in meinen Augen nicht zu erreichen. Und dann kann man sich natürlich fragen, okay, was kann man dagegen machen? Ich weiß nicht. Ich finde zum Beispiel, der Mann würde gut daran tun, also mal mindestens ein PR-Team vorzuschalten, das Tweets kontrolliert, bevor sie rausgehen. Und ich weiß nicht, sagst du, es wäre vielleicht sogar besser, wenn er sich gar nicht mehr im Netz äußert. Das ist halt so ein bisschen, dann fällt halt der Haupt-Promo-Kanal von AEW weg. Und das ist ja Tony Kahn's Twitter-Account. Also ich glaube, sich so komplett zurückzuziehen, muss jetzt auch nicht sein. Also es ist ja auch etwas, was er in den Griff kriegen kann. Er ist halt irgendwo auch Aushängeschild von AEW, das haben wir eben schon gesagt. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass er sich dementsprechend verhält. Aber ihn dann komplett wegzunehmen, vielleicht auch schwierig, weil er halt das Gesicht irgendwo ist. Und vor allem, wenn es sich halt um Öffentlichkeitsarbeit, Medienpresse geht, dann will man auch mit ihm sprechen. Das ist ja auch cool, dass er das ermöglicht, dass man wirklich diesen direkten Kontakt zu ihm dann hat und er direkte Antworten geben kann. Ich glaube, er würde auf jeden Fall gut daran tun, trotzdem sich in dem Bereich weiterzubilden, ein Team ranzuholen, sich vielleicht auch besser vorzubereiten auf das, was er sagen möchte. Und Social Media sollte vielleicht nicht selber zuständig dafür sein, die Tweets abzusetzen. Also dass er irgendwie jemanden hat, dem er dann sagt, so mach mal das und das. Und dass jemand anderes vielleicht auf Senden drückt am Ende. Irgendwie so etwas in die Richtung. Aber ja, mir ist auch nochmal wichtig zu sagen, es geht ja wirklich jetzt in unserem Gespräch hier über ihn als Promoter und als Aushängeschild und nicht unbedingt nur als Booker, weil das ist ja was ganz anderes. Ich schätze ihn nämlich auch als sehr, sehr herzlichen Menschen ein. Ich glaube, ein Mensch mit sehr, sehr guten Absichten und auch als Booker finde ich ihn eigentlich toll. Sicherlich kann man sich über streiten. Ja, das Produkt war mal besser, so und so. Aber es geht ja wirklich vor allem um sein äußeres Erscheinungsbild als Promoter und ich glaube, die Kritik muss er sich jetzt einfach gefallen lassen und die ist auch einfach irgendwo berechtigt. Ja, er muss diese Kritik vor allem annehmen, weil er sonst, glaube ich, Gefahr läuft, auch so dieses Wir-Gefühl bei AEW zu zerstören, weil das Eingeschworene brauchst du, wenn du eine gute Nummer zwei sein willst. Denn sonst ist es brutal schwer und du wirst richtig geroasted und du brauchst dieses Wir-Gefühl, du brauchst dieses Miteinander. Und das macht er kaputt, wenn sich ein Großteil des Locker-Rooms da so ein bisschen abgrenzt von so, ja, mit dem wollen wir eigentlich nicht so viel zu tun haben. So ist nicht unser Boss so ungefähr. Das muss man da klar sagen. Und man kann vielleicht auch im Nachhinein mal drüber sprechen. Vielleicht über Tony Khan Twitter generell. Ich habe gerade schon gesagt, das ist sein Haupt-Promokanal. Es gab ja durchaus die Kritik in den letzten Wochen, dass das AEW-Roster-Booms voll ist, aber eigentlich außerhalb von Twitter und TV nirgendwo zum Beispiel von jemandem lokal die Shows beworben werden. Also du schickst ja nicht mal einen Dustin Rhodes oder so, schickst du ja in der Regel irgendwo hin, um ein bisschen PR oder so zu machen. Keine Plakate, keine Poster, keine Präsenz in U-Bahnen, Bussen, keine mediale Präsenz in lokalen Radiosendern, lokalen TV-Sendern. Das Einmaleins des Ground-Marketings, das macht man nicht. Und das kann definitiv auch ein Mitgrund für die sinkenden Ticketzahlen sein. Das ist es auch relativ sicher. Und da kann man schauen. Es ist vielleicht sogar hier an der Stelle eine Verbindung, die man ziehen kann zwischen den beiden Punkten. Dass Khan sagt, Twitter, das ist mein Hauptkanal, da promote ich alles und da kriegt das ja jeder mit, dass er sich da vielleicht verschätzt und dass die Hallen, die immer leerer werden, dafür ein Symptom sind. Wir sind in, ist es nächste Woche oder wann es ist, ist AEW in Memphis mit Collision. Arena, wo knapp 20.000 reinpassen. NBA-Arena. Stand jetzt 1.400 Tickets weg. 1.500. Das ist brutal. Das ist unfassbar brutal. Dass Tony Khan aber bis heute diesen großen Venues bucht, zeigt dir, der möchte da ja rein. Aber er scheint mit seiner Promoter-Taktik nicht die Menge an Menschen zu erreichen, die eigentlich dafür nötig wäre. Deswegen, weiß nicht, glaubst du, er überhöht Twitter vielleicht? Und vielleicht ist das jetzt eine Lehrstunde, dass er merkt, die Welt außerhalb von Twitter ist für mein Business wichtiger? Ja, ich denke schon. Also, wir haben es ja, okay, das ist vielleicht was anderes, weil die Tickets schon verkauft sind, aber wir haben es ja auch in London gemerkt. Da war ja gefühlt, waren da zwei AEW-Plakate in der ganzen Stadt. Also, das ist definitiv etwas, wo er mal Acht drauf geben sollte. Und die WWE Money in the Bank Busse sind immer noch rumgefahren. Ja, genau. Und ja, die Venues, also die Arenen im Moment, man sieht halt jede Woche Bilder von der Hardcam-Seite, wo halt gefühlt keiner sitzt. Und das war halt auch mal anders. Also, muss man sich fragen, was können wir besser machen? Und er möchte sich, wie du es jetzt auch gesagt hast, er möchte sich ja mit den ganz großen messen. Und dann muss er sich auch dementsprechend verhalten und dementsprechend auch vielleicht mal seine Marketing-Strategien überdenken und weniger Leute auf Twitter beleidigen und mehr Zeit woanders rein investieren. Aufs Wesentliche fokussieren. Ich glaube, Tony Khan würde gut daran tun, sich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren. Genau zu hinterfragen, für was nimmt er sich Zeit? Also, ganz ehrlich, in der 90- bis 100-Stunden-Woche noch Stunden auf Twitter zu verbringen, halte ich für keine gute Idee. Einfach, weil du mental auch in einem Zustand bist. Und das ist ganz normal. Wir sind nur Menschen. Das ist Biologie. Es ist ganz normal, dass du eine ganz andere emotionale Schwankung hast, als wenn du zum Beispiel ausgeschlafen bist, wenn du einen normalen Tagesrhythmus, Biorhythmus hast. Das hat Tony Khan nicht. Und das sind tatsächlich elementare Dinge, auf die es gerade runterkommt. Und wie gesagt, ich finde, es ist wichtig, dass man die Kritik äußert. Es ist wichtig, dass man die Kritik auch so einordnet, wie wir das machen. Wir bemühen uns ja, das immer möglichst auf eine argumentative Art und Weise zu machen. Also, wir versuchen jetzt hier nicht irgendwie euch zu sagen, Tony Khan, was ist ein schlechter Promoter, sondern wir versuchen euch Gründe aufzumachen. Wir versuchen es zu beleuchten, zu differenzieren und konkret zu analysieren. Und ich hoffe, dass es uns in diesem Blog gelungen. Schreibt uns sehr gerne eure Meinung dazu. Ich finde, es ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Es hat viele von euch, wie gesagt, im Voting interessiert. Wie blickt ihr auf die Punkte? Wie blickt ihr auf Tony Khan als Promoter? Wie schaut ihr auf generell AEW NXT diese Woche? Ist vielleicht der, ja, ist dieser War vielleicht für euch durch diese Aussagen von Tony Khan noch aussagekräftiger gewesen? Ist er dadurch prestigeträchtiger geworden, als er eigentlich war? Und steht AEW in einem schlechteren Licht als vorher? Das sind spannende Fragen, die man sich stellen kann. Und ich bin gespannt, wie ihr darüber denkt. Damit gehen wir in den zweiten großen Blog des Tages, dieser Hauptkampfausgabe. Und da geht es um Nick Aldis. Wir machen den Umschwung zu WWE und zum neuen GM von SmackDown. Das wurde bekannt gegeben, weil er länger Free Agent nach erfolgreichem NWA-Run hat sich für WWE entschieden und debütierte, wie gesagt, bei SmackDown. Die Art und Weise, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Ich war ein bisschen irritiert, auch mit Marcel in der SmackDown-Review. Er stand dann einfach so da. Der kam nicht von der Stage oder so, sondern einfach kam so vom Kommentatorenpult und dann war er da. So, suddenly appeared, einfach gespawnt. Hat dich das auch irritiert oder war das für dich gar nicht so eine große Sache? Hat mich schon ein bisschen irritiert. Ich dachte, er kriegt eine Entrance und dann groß Nick Aldis auf dem Titantron und okay, manche Leute wissen dann direkt, wer das ist. Man hat es anders gemacht. Vielleicht hatte man Angst davor, dass die Reaktion sehr, sehr mäßig ausfällt und dachte, wir bringen ihn lieber so rein. Ja, ich finde aber, man hat einen sehr guten Job gemacht mit der Line, die er dann gegen Dom gebracht hat direkt. Das hat ihn, glaube ich, direkt ganz gut overgebracht bei den Fans in der Arena. Die Entscheidung, zur WWE zu gehen, für Artis in deinen Augen, nachvollziehbar oder hast du mit einem anderen Move gerechnet? Der AEW war ja auch in der Verlosung. Er ist 36, das heißt, er ist jetzt noch nicht so alt und jetzt ist er ja tatsächlich erstmal in einer, ja, in einer Executive-Rolle beziehungsweise Autoritätsrolle im Gimmick für die Show, nicht als In-Ring-Performer. Ist das eine Entscheidung, wo du trotzdem sagst, ja, kannst du nachvollziehen oder hat dich das überrascht? Also wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, ist es eine Entscheidung, die ich schon nachvollziehen kann. Vor allem, weil es mal so ein bisschen eine andere Herangehensweise ist. Weil in der Regel denkt man bei Free Agents, die einen gewissen Namen oder ein gewisses Standing haben, immer, ja gut, AEW oder WWE oder vielleicht Japan. Aber wenn man sich das dann mal wirklich durch den Kopf gehen lässt, sagen wir mal, er versucht als Wrestler zu AEW zu gehen. Da gibt es schon echt viele Main Event Talents mittlerweile. So, bei WWE natürlich dasselbe. Und dann ist halt die Frage, was mache ich jetzt? Will ich einer von vielen sein bei AEW? Bei WWE schaffe ich es da überhaupt in die Upper Card? Ist auch so eine Frage. Und er hat sich jetzt eben für diesen Weg entschieden, vielleicht auch schon weiter zu denken. Was kann ich machen, wenn ich nicht mehr in den Ring steige? Ich kann mir hier bei WWE einen guten Ruf aufbauen und als Producer arbeiten. Und gleichzeitig mich aber auch jetzt als On-Air-Charakter etablieren. Auf einem anderen Weg. Ich finde es spannend. Ich finde es interessant. Und ich glaube, rein von seiner, von der Art Wrestler, die er ist, passt er auch am besten zu WWE. Also ich glaube, das ist keine schlechte Entscheidung von ihm gewesen. Und sicherlich ungewohnt, dass er sich jetzt quasi erst mal darauf einlässt und sagt, ich wrestle jetzt erst mal nicht. Ich bin jetzt einfach mal ein GM. Aber das muss ja auch nicht langfristig so bleiben. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube schon, dass er irgendwann noch in den Ring steigen wird bei WWE. Genau, das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen, weil wir haben auch schon philosophiert. Bei SmackDown ist das vielleicht erst mal nur so eine Übergangsphase. Zum Beispiel ein William Regal ist ja jemand, der diese GM-Rolle super verkörpern kann. Shawn Michaels macht es bei NXT. Adam Pearce macht es jetzt bei Raw. Ist vielleicht der langfristige Plan, William Regal als SmackDown-GM zu etablieren und Nick Aldis kann dann doch noch mal in den Ring steigen. Denn, also ich hätte da schon Bock drauf, den da noch mal zu sehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mann nicht doch noch mal bei WWE in den Ring steigt. Also mit 36 zu WWE-Wrestle als absoluter Profi-Wrestler, der auch wirklich im Ring, wirklich einen super sauberen Stilwork, der absolut viele Assets hat, der einfach eine große Bereicherung ist, auch gerade für jüngere Stars, mit denen er noch mal arbeiten könnte. Da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man das komplett liegen lässt. Und irgendeine Art Übergang kann ich mir da schon vorstellen, dass er doch noch mal, wenn das irgendeine GM-Superstar fehlt ist, dass er dann am Ende da in den Ring steigt. Das würde ich tatsächlich nicht ausschließen. Und ganz ehrlich, Nick Aldis, das ist ein Profi. Vielleicht hat er, genau wie du es beschrieben hast, vielleicht hat er genau das gesehen. Vielleicht hat er genau gemerkt, ey, ich spiele jetzt erstmal die Rolle, die ich spielen soll und mache das Beste draus. Und WWE wird mich schon noch einsetzen. Vielleicht gibt es ja auch das Agreement, dass sie sagen, du wirst noch eingesetzt, aber wir halten es erstmal als beste Option, dich so in den Shows zu etablieren, damit dich vielleicht die Leute auch erstmal kennenlernen. Also auch das muss man ja ansprechen. Ich glaube, es gibt viele WWE-Fans, die absolut keine Ahnung haben, wer Nick Aldis ist. Und hättest du ihn jetzt als Wrestler gebracht, hätten die keine Connection mit ihm aufbauen wollen. Während er jetzt als GM eh erstmal eine Rolle ist, wo es nur um seinen Charakter geht. Wo es nur darum geht, was ist der Charakter von Nick Aldis? Für was steht er? Für welche moralischen Werte steht er als GM zum Beispiel? Ja, und ich glaube, damit kannst du eine Connection schaffen bei eben allen, die es nicht bisher haben, die nicht wissen, was ist ein Nick Aldis so ungefähr. Und dann kann er in den Ring steigen, wenn man weiß als Fan, ah, dafür steht er. Und ich glaube, wenn man die Denke macht, wenn man den Bogen macht, dann ergibt das tatsächlich schon eine Menge Sinn. Ja, genau. Und er hat auch jede Woche eigentlich garantierte TV-Zeit. Also er wird jede Woche zu sehen sein bei SmackDown, gehe ich von aus. Ähm. Und es ist einfach ein anderer Weg, weil als neuer Wrestler reinzukommen und als Charakter overzukommen, ist schwierig. Haben wir schon oft erlebt. Und er wäre dann einer von vielen. Und er umgeht das irgendwie so ein bisschen. Und wenn man ihm auch die Perspektive vorgelegt hat und gesagt hat, ja, hör mal, erst mal so. Aber, ne, das könnte schon sein, dass du dann auch irgendwann wrestlest für uns. Ich glaube, es ist kein schlechter Move von ihm. Und vielleicht wird er ja auch so ein GM irgendwann a la Shane McMahon, der eigentlich GM ist, aber sich hier und da mal mit einem anlegt und dann mal ein Match wrestlet. Also ich finde es spannend, tatsächlich. Und ich fand es jetzt auch bei SmackDown, ich habe es vorher gelesen, dass man das Ganze plant und habe gedacht, okay, interessant, aber weiß ich nicht. Ähm. Aber jetzt in der Umsetzung bei SmackDown hat es mir eigentlich ganz gut gefallen und, ähm, ist ein interessanter Move. Es wirft auf jeden Fall Fragen auf für die Zukunft. Er hat ja auch direkt mit Cody Rose und Roman Reigns interagiert. Das ist, denke ich, auch wichtig, um ihn zu positionieren. Ja, und wenn wir generell auf diese Authority-Figuren schauen, äh, generell Authority-Storyline und Seth Rollins, dann habt ihr nicht gesehen, äh, hoffentlich. Aber viele werden es gesehen haben, ja. Als das damals lief bei WWE vor, was waren es jetzt irgendwie sechs, sieben Jahre oder so. Das war ja, boah, da hat man sich ja wirklich gewünscht, dass es sowas nie wieder gibt. Und generell, so wie WWE das immer aufgezogen hat, war es sehr lame. Es fühlte sich overdone an. Es fühlte sich einfach auserzählt an. So mit einem Adam Pearce, finde ich, hat man eine Personalie gefunden, die das Ganze in den Shows schon belebter, dynamischer hat umsetzen können. Das ist tatsächlich, also Triple H hat das in der Promo so nebenbei gesagt, einer der Unsung Heroes, ich finde, das passt schon. Also der hat diese Rolle dann doch in so einer Art und Weise aufgeführt oder ausgeführt, dass man, dass man relaten konnte, dass man sagen konnte, ey, okay, ich verstehe, warum der so handelt. Und es ist wichtig, dass es den gibt. Der hält Storylines zusammen, der erklärt wichtige Logiklücken. Und jetzt ist die Frage, traust du WWE, jetzt wo auch Triple H komplett am kreativen Steuer sitzt, traust du denen jetzt zu, dass das wirklich langfristig eine gute Wiederbelebung dieser General Manager Rollen ist? Wie stehst du überhaupt zu diesen General Manager Rollen? Und wie groß ist das Risiko, dass das Ganze jetzt nur mal eben zur Survivor Series aufgewärmt wird und ausgespuckt wird? Weil jetzt ist ja ganz groß Raw Gang Smackdown und da brauchst ja zwei Authority Figuren. Und dann ist das in, keine Ahnung, sieben, acht Wochen ist es aber auch schon wieder Geschichte. Wie schaust du darauf? Ich finde es gut eigentlich. Also ich hatte nie ein großes Problem mit diesem ganzen GM-Ding, sage ich mal. So sind wir auch ins Wrestling gekommen. So wie wir angefangen haben, gab es immer die GMs. Genau. Und natürlich wissen wir, dass hinter den Kulissen jemand anderes die Matches bookt und so weiter und so fort. Aber ich kann mich auch an Zeiten erinnern, wo wir dann niemanden hatten, der dafür zuständig war. Ja, und dann hieß es auf einmal einfach nur, ach ja, jetzt kommt das, jetzt passiert das und ich habe von offiziellem das gehört und das gehört. Und für so ein TV-Produkt finde ich das. Board of Directors hat entschieden. Genau. Und für das TV-Produkt finde ich das eigentlich nicht schlecht, wenn man da so eine Personalie etabliert, die quasi, ja, on-air der Chef ist. Und wenn man es halt so macht wie mit Alan Pierce, dann finde ich es eigentlich auch sehr angenehm. Also hat mich jetzt überhaupt nicht genervt, war auch, ich kann mich an Zeiten erinnern, wo der GM gefühlt fast der Star der Show war. Das ist dann definitiv auch der falsche Ansatz. Aber wenn man es so wie mit Alan Pierce macht, finde ich es eigentlich gut. Also und ich glaube auch, dass das dann durchaus länger erhalten bleiben wird, als jetzt nur die nächsten zwei, drei Monate. Wie man es dann mit Nick Aldis macht, ob man es genauso macht, ich glaube nicht, dass es genau wie Alan Pierce sein wird. Allein schon, weil er ja einfach auch noch ein Rester irgendwo ist. Oder ich denke mal, auch noch irgendwann wrestlen wird. Aber ich finde es eigentlich gut. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, ach nee, jetzt hört man auf mit den GMs. Und nö, ich finde es gut. Das bringt ja eine gewisse Struktur einfach in die Shows. Und es ist eine Struktur, die zur WWE passt. Ja, bei WWE passt es nicht, wenn da einfach der Matchmaker announced, hier ist dieses Match und dieses Match und dieses Match. Weil es gibt ja so viele Zwischensegmente, Contract-Signings. Und da ist viel mehr der Fokus auf die Erzählung der Geschichte gelegt. Und dafür brauchst du irgendwie diese eine Figur, die dann immer, die halt die Matches offiziell macht. Oder die erklärt, okay, warum passiert dann im Ring dies und das? Warum wird das und das angesetzt? Und da bei WWE eben, da der Fokus auf den Sachen neben dem Ring noch größer ist, braucht es diese Figur. Allein für die Geschichte, weil sich sonst zu viele Fragen ergeben, wie du es auch gerade schon gesagt hast. Warum passiert denn das jetzt bitte? Und immer nur das Board of Directors, das Board of Directors. Ja, und ich sag mal so, mit Nick Ardis und Adam Pearce hat man zwei Leute, denen ich diesen Job gut zutraue. Bei NXT hast du Shawn Michaels, der das, wie ich finde, gut macht. Und mit William Regal hast du noch jemanden in der Hinterhand, der ist ja vertraglich noch gebunden, beziehungsweise verbannt, sag ich mal, so mit seinem Aus von AEW. Ist es genau ein Jahr, dass er nicht im WWE-TV auftreten darf. Da sind jetzt noch ein paar Monate offen, sobald das durch ist. Ab dann darf er auch wieder auftreten, aber allen, die zum Beispiel jetzt hoffen, dass er Wargames sagt, dem muss ich leider eine Absage erteilen. Das wird nicht passieren. Was jetzt passieren wird, ist, dass wir in unseren nächsten Blog gehen und das ist der Wochenausblick. Was erwartet uns in dieser Wrestling-Woche im TV? Der kurze Abriss, damit ihr im Bilde seid. Mit RAW sind wir im Paycom Center Oklahoma City. 7000 Karten verkauft. Das ist mal eine im Verhältnis zu den letzten Wochen etwas niedrigere Zahl. Also ist man relativ weit weg vom Sellout angekündigt. Für die große Season-Premiere von RAW sind Gunther gegen Bronson Reed, Intercontinental Championship, Rhea Ripley gegen Shayna Baszler. Wir haben Cody Rhodes und Jimmy Uso gegen Judgment Day, Tag-Team-Titelmatch und Ricochet gegen Shinsuke Nakamura in einem False-Count-Anywhere-Match. Also Titelmatches, Gimmick-Matches, eine RAW-Ausgabe, die ja dann durchaus aufgeladen ist, oder? Auf jeden Fall. Ich fand RAW war tatsächlich sogar, da wirst du mir wahrscheinlich widersprechen, in der vergangenen Woche die beste Weekly-Show. Fand ich besser als NXT, besser als SmackDown, besser als Dynamite, ja. Holy! Ja, kommt natürlich auch immer darauf an, was man am Wrestling feiert, aber ich fand RAW sehr gut letzte Woche. Und wenn ich mir die Ansetzungen so anschaue, glaube ich, dass das auch nächste Woche der Fall sein könnte. Gucken wir mal. AEW Dynamite aus dem Ford Bend Epicenter Rosenberg, Texas. 2500 Karten sind verkauft. Wir bekommen die Dynamite Dozen Battle Royale für den Dynamite Diamond Ring. Außerdem Jay White gegen Penta. Wir hören von Sting, oh oh, dämmert das Karriereende, äh, oder dämmert das Karriereende, könnte man überlegen. Außerdem Kyle Fletcher gegen Kenny Omega und Jim Ross-Sitton-Interview mit Nick Wayne und seiner Mama. Aber ich sag mal so, Kenny Omega Singles Match, wir hören von Sting, ne Battle Royale, auch das hört sich eigentlich nach ner kurzweiligen, bunten Show an, ne? Sollte auch, äh, Spaß machen, ja. SmackDown, AT&T Center, San Antonio, Texas, ja, 13.200 Karten, das Ding ist so gut wie ausverkauft, rappelvolle Kiste. Women's Championship, EOS Sky gegen Charlotte Flair ist angekündigt, genauso wie Santos Escobar gegen Montes Ford. Und wir haben noch AEW Collision aus dem FedEx Forum, Memphis, Tennessee, hier hab ich's nochmal. Also, wie gesagt, da passen knapp 20.000, rein, äh, 1.500 sind's, die jetzt zur Stunde verkauft sind, am Sonntag nehmen wir's auf. Da könnte viel negative PR entstehen, angekündigt ist bisher nur Miro gegen Action and Ready. Und AEW Battle of the Belts wird noch im Anschluss stattfinden, wie ihr claimt, gegen 2.0 und Danny Garcia. Weiß nicht, äh, hättest du ad hoc eine Lösung, wie man, äh, man noch die Ticketzahl mal mindestens verdoppeln kann. Und selbst dann sind's ja nur 3.000 von, von 20.000, äh, was, was kann denn AEW machen, damit da irgendwie mehr Leute wieder kommen? Gute Frage. Man hätte ja gedacht, äh, das mit Edge vielleicht, äh, beziehungsweise, sorry, mit Adam Copeland vielleicht, äh, da ein kleiner, äh, Ansturm, äh, generiert wird. Aber das scheint ja auch nicht wirklich der Fall zu sein. Ähm, man sollte die Show auf jeden Fall noch bewerben, das steht mal fest und ein bisschen stacken, weil Miro gegen Action and Ready, ich sag mal so, wenn das in meiner Stadt, äh, abgehalten würde, würde ich mir auch überlegen, ob ich nur für Miro gegen Action and Ready hingehen würde. Ähm, da sollte man auf jeden Fall noch was announcen, aber, na, schwierig im Moment. Es gibt was, ähm, das hat WWE sehr oft gemacht, wenn, äh, man Zuschauerzahlen noch kurzfristig pushen wollte. Und das ist, du hast für eine Smackdown-Ausgabe, hast du, keine Ahnung, angenommen, du hast da irgendwie, äh, eine Vertragsunterzeichnung Undertaker gegen Batista. So, das ist das Segment, das ist angekündigt und die Ticketzahlen, irgendwie läuft's nicht so wirklich. Was hat WWE gemacht? Undertaker gegen Batista, World Championship Steel Cage Match, aber es war ein Dark Match. Das heißt, du hast den Leuten nach der Show teilweise einfach noch komplett krasse Matches gegeben, wo kein Titel gewechselt ist und so, aber wo du einfach krasse Sachen gemacht hast. Auch WWE hat das ja oft gemacht, die haben teilweise John Cena nur in Dark Matches eingesetzt, um noch ein bisschen die Zahlen zu pushen. Und das könnte AEW halt auch tatsächlich überlegen, ob man da nicht sagt, okay, äh, eigentlich ist jetzt für Person XY nur ein Segment bei Dynamite angedacht, zack, der wird aber ein Steel Cage Match noch, äh, nach der Show bestreiten, einfach damit du lokal den Leuten noch einen Anreiz gibst, zu sagen, ey, ganz ehrlich, guckt euch das an, ihr werdet das nur hier sehen, das läuft nicht im TV, ihr müsst euch dafür ein Ticket kaufen. Auch das ist ein Ansatz, der gefahren werden kann. Und ich sag mal so, AEW hat mehr als genug Wrestler, um das umzusetzen, finde ich. Und dementsprechend, vielleicht ist das ja eine Strategie, die man fahren kann. Sicherlich ein guter Ansatz. Vielleicht sollte man noch eine Tony Khan-Shoot-Promo announcen oder so. Ich glaube, das könnte vielleicht noch ein paar Views... Tony Khan liest seine Twitter-Tweets. Genau, ja. Wäre doch ein Format, oder? Wäre ein Format. Aber tatsächlich, ähm, das sollte man wirklich nicht im TV übertragen. Das sollte man wirklich nur den Leuten überlassen, die sich dafür ein Ticket kaufen, weil das ist wirklich ein Happening. Das kann in alle Richtungen gehen. Damit haben wir die Wochenvorschau abgeschlossen. Schreibt uns gerne, auf welche Show freut ihr euch am meisten und sind bei den Hörerfragen, die ihr stellen könnt, auf patreon.com slash spotfightpodcast und natürlich als Kanalmitglieder auf YouTube, so wie das der Lars gemacht hat. Der hat uns geschrieben, Nick Ardis, letztes Jahr noch in Thale gesehen und jetzt ist er GM bei SmackDown, das freut ihn sehr. Der Chris hat geschrieben, Tony Khan dreht auf Twitter am Dienstag komplett durch, wäre das als Segment in der Show nicht viel besser. Der Chris hat genau dieselbe Idee gehabt wie wir, Jill. Ja, siehst du mal. Aber ich würde es tatsächlich nicht machen. Also der Chris schreibt noch, hätte das nicht Vince McMahon-Vibes. Ähm, ich würde es nicht machen. Vince McMahon ist tatsächlich ein guter Schauspieler. Tony Khan, eher nicht so. Nee, ich würde es auch nicht machen. Der Marc hat uns geschrieben, ich denke, dass Tony seine Unreife präsentiert und damit der Company geschadet hat. Meiner Meinung nach sollte er sich zurückziehen und andere, die mehr Erfahrung haben, die Öffentlichkeitsarbeit übernehmen lassen. Wie seht ihr das? Ich würde dem relativ uneingeschränkt zustimmen. Also vielleicht, also entweder lässt man den Twitter-Kanal von Tony Khan moderieren oder man sagt tatsächlich, ein PR-Team wird das komplett übernehmen und ja, vielleicht gibt es auch eine andere Person, die das einfach nach außen repräsentieren kann. Keine Ahnung. Ähm, du hast doch viele Veteranen im Hintergrund. Ich glaube, selbst noch Leute wie, weiß nicht, Arne Anderson oder keine Ahnung. Es gibt so viele Namen, die da noch im Hintergrund arbeiten, wo man sagen könnte, ey, wenn die was nach außen präsentieren, dann ist das definitiv professioneller, aber hat trotzdem einen Nachhall, weil sie eine Reputation haben oder Big Show oder Mark Henry oder hast du nicht gesehen. Vielleicht die einfach da mehr einsetzen. Äh, keine Ahnung, aber auf jeden Fall bin ich auch dabei. Tony Khan sollte, äh, aus den letzten Tagen lernen. Ja, die Nachricht ist eigentlich auch ein relativ schönes Resümee für das, was wir besprochen haben im ersten Block. Also kommen wir ja eigentlich auf das, auf dieselbe Meinung. Philou hat uns geschrieben, Khan hätte dieses, äh, vielleicht On-Air bringen können, was er geschrieben hat, wäre die Geburtsstunde des Mr. Khan gewesen zu eurem Hauptkampf. Wie würdet ihr Jade Cargill's Road to WrestleMania booken und was ist eurer Meinung, äh, oder wie ist eure Meinung zum Debüt von Alexis King? Damit handelt es sich um Brian Pillman Jr. Äh, äh, fangen wir doch vielleicht erstmal mit Brian Pillman Jr. an. Generell die Vignetten und wie man ihn jetzt bei NXT etabliert hat, ist auf sehr viel positive Reaktion gestoßen. Wie sieht's bei dir aus? Oh ja, also ich hab die Vignette gesehen und hab mir gedacht, alter, sehr, sehr geil gemacht, ähm, weil es auch was komplett anderes war, als ich erwartet hab. Ich hab gedacht, okay, natürlich der Name Pillman, das wird man natürlich, äh, ausnutzen. Aber so einen ganz anderen Ansatz zu wählen, ich fand, das war eine der coolsten Wrestling-Vignetten, die ich seit längerer Zeit gesehen hab, tatsächlich. Also, sehr nice. Mit einem Fingerschnips auf einmal komplett andere Route als AEW eingeschlagen und direkt gezeigt, wie viel größer das direkt wirkt. Also, tatsächlich, Brian Pillman hat jetzt für mich mehr Profil, als er in seinem kompletten AEW-Run hatte. Das muss man, finde ich, schon so ehrlich sagen. Und dementsprechend, da hat man jetzt einen Charakter, der, naja, wer weiß, wie gut er dann im Ring wirklich ist, aber der durchaus bei WWE passt. Und ich sag mal so, wenn sie hinter ihm stehen und wenn sie sagen, ja, wir geben dir die Chance und er nutzt das, dann kann das so ein geheimen Favorit für die Zukunft werden, für wirklich einen, weiß ich nicht, perspektivisch starken Mitkader in der WWE-Zukunft. Auch die Leute brauchst du. Und mit dem Namen Pillman, das schadet bestimmt nicht, aber gerade auf irgendwie Alexis King zu gehen und sich da vielleicht auch abzugrenzen von, 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 ja, von dem Namen des Vaters und bewusst aus dem Schatten erstmal rauszutreten. Die Erklärung war ja auch gut dazu. Dementsprechend, das finde ich gut. Und Jade Cargill ist ja auch so ein Beispiel. Da will WWE einfach zeigen, ey, guck mal, bei uns könnt ihr Stars sein. Wir machen aus euch wirklich was. Bei ihr natürlich noch in deutlich größerem Rahmen. Road to WrestleMania-Booken ist mir jetzt ehrlicherweise noch viel zu weit, weil wir haben jetzt Oktober und ich weiß gar nicht, wird sie vorher noch ein Match bestreiten? Wird sie vorher schon mal in Erscheinung treten? Wird sie bei NXT sein? Wird sie bei SmackDown Raw sein? Das kann man jetzt noch, kann man jetzt noch gar nicht sagen, wenn es komplett nach mir gehen würde. Tatsächlich, ich habe es mit Marcel in der SmackDown-Review so ein bisschen angeschnitten. Vielleicht kannst du echt auch so ein, sie hat eine Squash-Serie und vielleicht jetzt das Duell bei SmackDown aufgreifen mit Charlotte Flair ist jetzt gerade das, was mir am präsentesten einfällt. Und vielleicht baust du wirklich dann für WrestleMania Charlotte Flair gegen Jade Cargill auf. Die versuchen sich mit gegenseitigen Squash-Matches zu beeindrucken. Dann haut die Charlotte mal jemanden durch den Tisch, dann sagt die Jade Cargill, den haue ich durch zwei Tische so ungefähr und so schaukelt sich das hoch und dann haben sie ein WrestleMania-Match und das große Ausrufezeichen ist, Jade Cargill squasht eine Charlotte Flair in zwei Minuten oder so. Also wäre einfach jetzt mal so, hätte ich jetzt einfach mal on the top of my head, hätte ich das einfach mal so rausgehauen. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ist noch ein bisschen weit bis zur Road to WrestleMania. Wie geht's dir? Ich hätte tatsächlich auch Charlotte Flair gesagt, einfach aus dem Grund, da ich glaube, das würde von den Charakteren her gut passen. Charlotte polarisiert ja auch sehr. Ich glaube, das könnte dem Match und Jade auf jeden Fall entgegenkommen. Und man muss ja auch ehrlich sein, die vermeintliche Schwäche von Jade ist ja noch ihr In-Ring-Work und da kannst du eigentlich keinen besseren Gegner bei so einer großen Show haben als Charlotte, die der ultimative Pro ist. Und ob man sie mag oder nicht, ich glaube, was sie zumindest in 90 Prozent der Fällen im Ring abliefert, ist wirklich sehr, sehr qualitativ hochwertig und ich glaube, deswegen wäre das eine gute Ansetzung. Gucken wir weiter auf die Frage von Sven. Hallo ihr beiden, mich würde interessieren, wie ihr zu den aufgekommenen Aussagen seitens TKO steht, dass Raw nicht zwingend am Montag laufen muss. Was haltet ihr für einen realistischen Sendeplatz? Wäre es vielleicht sogar in absehbarer Zeit möglich, eine große Rivalität von WWE und AEW zu sehen, weil WWE bewusst Head-to-Head gegen Dynamite geht. Wednesday Night Raw. Kannst du dir das vorstellen? Irgendwie nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass man durchaus Überlegungen oder dass Überlegungen stattfinden, Raw von Montag weg zu bewegen. Einfach, weil ich jetzt auch aktuell in der Season wieder merke, es läuft Football und es ist einfach eine große Konkurrenz montags für Raw. Wir sehen das auch an den Zahlen, es sind einfach weniger Zuschauer dadurch. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man da überlegt, können wir das nicht irgendwie umgehen? Wir kriegen mehr Zuschauer, wenn wir vielleicht einen anderen Tag nehmen. Die Frage ist, welchen Tag nimmst du überhaupt noch? Bleibt ja gar nicht viel, wenn du quasi der alleinige Anbieter an einem Abend sein möchtest. Da würde, glaube ich, nur der Donnerstag bleiben. Ja, deswegen, ich glaube, gestaltet sich schwierig. Ich glaube nicht, dass man mit Dynamite da konkurrieren möchte. Deswegen, ich glaube, das wird noch dauern, bis wir da wirklich mal eine Änderung erleben. Ich finde, der Montag ist der Spot, auf dem man bleiben sollte, einfach weil es gewohnt ist, weil man dann keine Zuschauer umerziehen muss oder so. Ich kann mir das nur vorstellen, wenn WWE so selbstbewusst ist, dass sie sagen, wenn wir auf den Mittwoch gehen, dann um Dynamite endgültig in die Bedeutungslosigkeit zu treiben. Wenn dann wirklich nur, um zu zeigen, ey, wir werden euch kaputt machen und ihr werdet von der zweitgrößten Company vielleicht, ja, werdet ihr noch weniger. Oder wir wollen noch ein Exempel statuieren. Und deswegen werden wir dafür sorgen, dass eure A-Show nicht mehr das Wichtigste ist, worüber geredet wird am Mittwoch. Und dementsprechend, das ist der einzige Punkt, unter dem ich es mir vorstellen könnte. Meine persönliche Meinung wäre, WWE hätte das jetzt nicht nötig. Dafür muss man Raw nicht opfern. Das ist, dann leg eher NXT wieder auf den Mittwoch und baller da halt raus. Das kann, wenn du es gut machst, genauso einen Effekt haben. Dementsprechend würde ich eher sagen, last Raw am Montag. Aber klar, also es zeigt auf jeden Fall, dass generell ein anderer Wind weht. TKO beziehungsweise die ganze Gruppe, die Holding, die jetzt dann einfach sich öffnet, die sagt, ja, prinzipiell können wir uns das vorstellen. Weil natürlich will man sich auch einfach bestimmten Bietenden öffnen und will erstmal nichts ausschließen, weil einfach dann die breiteren Angebote und auch die Chance auf hohe Angebote größer ist und man nicht auf diesem Montag beharren will und ganz offen in die Verhandlungen reingeht. Und das ist einfach der neue Führungsstil. Das ist der neue Stil, den TKO als überspannende Firma geht mit WWE. Und das ist ein Weg, der an sich nachvollziehbar ist. Aber ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, wird man schon sich dafür entscheiden, eigentlich auf Montag zu bleiben. Der Jojo hat uns gefragt, könnt ihr eigentlich beim Media Scrum Fragen stellen? Wenn ja, wurde eine Frage schon beantwortet. Ja, wir können beim Media Scrum dabei sein. Wir können auch Fragen stellen. Tatsächlich ist es aber so, dass der Tony Khan eine ganz schöne Plaudertasche ist und in so einer Stunde, aber ich habe mal mitgezählt irgendwie, ich glaube, es waren zwölf Fragen oder so, die durchgekommen sind. Und da ist nicht mal ein Sean Ross Sepp kommt jeder Ausgabe oder ein Dave Meltzer. Und es wird schon ein bisschen priorisiert. Du hast ab und zu Write-in-Questions und damit arbeiten wir auch. Wir sind auch so in der Leitung, aber haben es bisher noch nicht geschafft, eine Frage zu stellen. Freuen uns natürlich, wenn das irgendwann mal klappt. Aber ja, wir sind bei den Media Scrums dabei. Wir sind bei den Pressekonferenzen dabei für euch. Laden ja die Media Scrums, die Pressekonferenzen in voller Länge kostenlos auf Patreon hoch. Und genau, daran wird sich auch erstmal nichts ändern. Fabian hat uns geschrieben, ist es an der Zeit, dass MJF bei Full Gear seinen Titel an Jay White verliert, da er durch ein Versehen von Cole die Niederlage kassiert. Danach könnte man die Story gut ohne Titel weitererzählen. Zum Schluss muss aber Cole der hier sein, der sich gegen MJF stellt. Jill, was hältst du von diesem Storyline-Ansatz? Also, dass MJF irgendwann den Titel abgeben wird, ist ja klar. Aber wenn es nach mir geht, nicht gegen Jay White. Also, ich bin jetzt nicht der größte Jay White-Fan. Ich finde es interessant, dass man jetzt mal mehr mit ihm macht. Ich finde den Beginn dieser Fehler auch nicht uninteressant, aber ich bin einfach von ihm jetzt nicht so ein großer Fan, dass ich sage, er sollte derjenige sein, der diesen, ja, im Endeffekt dann doch historischen Titel-Run von MJF beenden sollte. Wird der längste AW World Champion werden wahrscheinlich auch. Und Jay White wäre da einfach in meinen Augen der falsche Mann, um diesen Run zu beenden. Aber sicherlich wird irgendwann das eine zum anderen führen und wir werden noch den Turn von Adam Cole sehen. Das Ganze hat sich natürlich jetzt deutlich oder wird sich jetzt deutlich verzögern aufgrund der Verletzung. Aber ich bin auch bei dir. Ich denke, Cole wird auf jeden Fall derjenige sein, der Turn und sollte das auch sein. Schließe ich mich an. Finde auch, Jay White ist jetzt nicht der richtige. Die Story ist jetzt auch gerade nicht so heiß, dass MJF jetzt den Titel verlieren sollte. Der Run ist noch nicht auserzählt. Der wird auch im nächsten Jahr noch weitergehen und da wird man es erstmal abwarten, bis Adam Cole wieder da ist. Aber ja, wie das jetzt der Titel wechselt, sehe ich eigentlich nicht. Smokin' Aces, das ist die letzte Frage heute, schreibt erstmal großes Lob. Vielen Dank für eure Arbeit. Es wird ja gesagt, dass die Verpflichtung von Cody Rhodes, Cargill, Pillman ein Fingerzeig für andere Wrestler bei AEW sein soll. Ich als normaler denkender Mensch denke mir, dass logischerweise nicht jeder so behandelt werden kann wie die. Und wenn dann nicht über einen längeren Zeitraum. Inwieweit kann das ein Fingerzeig sein? Wie seht ihr das Gruß von Smokin' Aces? Vielen, vielen Dank für deine Frage. Finde ich sehr spannend. Natürlich kann das nicht jeder. Ich glaube, das ist klar. Und WWE will ja auch nicht jeden. Ich glaube, der erste Gedanke ist erstmal, AEW seine Assets wegzunehmen. Das steht, glaube ich, an erster Stelle. Und dann sie im eigenen Produkt so gut es halt geht darzustellen. Und ich sag mal so, im Zweifelsfall dann halt auch wieder andere zu opfern und zu entlassen. Ja, vielleicht nimmt man dann andere mit Kader, wo man sagt, ja, die brauchen wir nicht. Die werden dann entlassen. Und dann kommt jetzt eben Wardlow, der das Loch füllt. Also das WWE-Roster ist gerade nicht zu groß, finde ich. Es ist Platz. Und es kann durchaus sein, wenn die von AEW kommen, dass die auch andere erstmal verdrängen. Natürlich kann nicht jeder zum Topstar sein. Nicht jeder kann Main-Eventer von WrestleMania sofort werden. Aber über die Jahre, ich sag mal so, in zehn Jahren WWE, diese eine Phase reicht vielleicht schon, um dich zu legitimieren. Um vielleicht eine Hollywood-Karriere zu starten und so weiter und so fort. Und allein auf diese Chance sind ja die Talente hungrig. Die wissen, dass nicht jeder von ihnen die Nummer eins sein kann. Das ist aber unabhängig von WWE so. Also generell, wenn du Wrestler wirst, weißt du, okay, das wollen ganz schön viele werden und nicht alle werden es schaffen. Aber wenn du an dich glaubst, wenn du ein Selbstvertrauen hast, dann wirst du diese Chance nehmen. Und ich glaube, WWE wird darauf pochen, zu zeigen, hier, guck mal, wir machen es gerade mit einigen. Du könntest auch so einer sein. Hast du das Zeug? Challenge dich. Komm zu uns. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Warte, aus der man drauf schauen muss. Ja, und es sind ja auch wirklich nicht viele bisher. Also das waren jetzt drei Namen, die da genannt wurden. Ist ja nicht so, als ob man da so überfordert mit ist, für jeden etwas zu finden. Und ich glaube schon, dass man sich da auch Mühe geben möchte, weil man schaut ja jetzt nicht immer nur auf den Namen, den man gerade holt. Jetzt zum Beispiel im Falle eines Brian Pilman Jr., aber halt auch auf die Namen, die man irgendwann holen könnte. Also an MJF zum Beispiel. Und wie du es auch gesagt hast, ich kann mir gut vorstellen, zum Beispiel ein Ricky Starks sollte seinen Vertrag auslaufen. Dass man da Interesse hat, ist auch jemand, der, glaube ich, bei WWE ganz gut reinpassen könnte. Wird er jetzt ein Main-Eventer bei WWE? Weiß ich nicht. Würde ich mal in Frage stellen. Aber ihn als guten Mitkader zu etablieren zum Beispiel, ist ja nicht schwierig für WWE. Ich glaube, das würden sie schon hinbekommen, wenn man sich da die nötige Mühe gibt. Vielleicht wird dann dafür jemand anderes entlasten, wo man sagt, okay, das passt nicht mehr so, es geht irgendwie nicht voran. Und das ist einfach das Hamsterrad im Wrestling. So funktioniert es halt manchmal. Aber ich glaube, man will sich auf jeden Fall alle Türen offen halten für mögliche Neuverpflichtungen in der Zukunft. Und damit, Ladies and Gentlemen, sind wir durch. Das war die neue Ausgabe von Hauptkampf. Eine sehr spannende Ausgabe mit sehr vielen Aspekten, sehr vielen Analysen und sehr vielen spannenden Punkten, wie ich finde. Und ich bin deswegen sehr gespannt, wie ihr über diese Ausgabe denkt. Ich hoffe, ihr konntet damit gut in die Woche starten oder wann auch immer ihr das Ganze hört. Und bedanke mich bei euch, Jill, natürlich auch bei dir für die Zeit. Und hoffe, wir haben alle eine fantastische Wrestling-Woche, wen es betrifft. Wir hören uns im Laufe der Woche bei Dynamite oder bei Collision, wo auch immer ihr sonst noch so reinschneien möchtet. Wir covern natürlich alles, was wichtig ist für euch hier beim Spotfight Wrestling Podcast. Ich verbleibe natürlich wie immer mit GW. Genießt Wrestling, Jill hat die Schlussworte. Ciao. Ja, danke dir auch nochmal, Tobi, für die Einladung. Hat mich gefreut, mal wieder mit dir zu quatschen hier in diesem Format. Ja, danke auch an die Zuschauer fürs dranbleiben. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Ausgabe. Schreibt gerne eure Meinungen in die Kommentare. Und ansonsten bleibt mir nur übrig, zu sagen, bleibt gesund, bleibt beim Spotfight Wrestling Podcast und bis bald. Wrestling Podcast und bis bald.